Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 10806 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Fahrrad ist ein vielseitiges Verkehrsmittel, das für viele Zwecke eingesetzt werden kann. Jeder von uns ist wie ein Stern. Jeder von uns hat sein eigenes Licht. Paul ist auf die Knie gegangen und hat um Rosas Hand angehalten. Paul ist auf die Knie gegangen und hat um Rosas Hand angehalten. Wir feiern gemeinsam unsere Erfolge und sind stolz auf das Erreichte. Wir feiern gemeinsam unsere Erfolge und sind stolz auf das Erreichte. Wir feiern gemeinsam unsere Erfolge und sind stolz auf das Erreichte. Durch Veränderung lernen wir, alte Grenzen zu überwinden und neue Horizonte zu erreichen. Durch Veränderung lernen wir, alte Grenzen zu überwinden und neue Horizonte zu erreichen. Durch Veränderung lernen wir, alte Grenzen zu überwinden und neue Horizonte zu erreichen. Mitfühlende Menschen können Konflikte lösen und Versöhnung fördern. Mitfühlende Menschen können Konflikte lösen und Versöhnung fördern. Ich weiß nicht warum, aber der Druck in dieser Maschine ist gefallen. Ich weiß nicht warum, aber der Druck in dieser Maschine ist gefallen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bei. Und gib uns bitte ein Ig. guys.